Wie wird aus einer Kakaobohne eine Tafel Zotterschokolade? Da brauchst du vier Zutaten. Die besten Kakaobohnen, einige große Maschinen, viele fleißige Hände und jemanden, der weiß, wie es geht. Fangen wir bei den Bohnen an. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Darum wird jede Lieferung auf Herz und Nieren geprüft. Wenn die Qualität passt, einigt man die Bohnen. Jetzt wird's heiß, denn sie werden geröstet. Das ist wichtig fürs Aroma. Dann ab in den Dampf, um die Bohnen keimfrei zu machen. Weiter zum Schälen und Brechen. Die leckeren Kakaonips rieseln da heraus. Die zermahlt man und die Kakaorohmasse entsteht. Inzwischen werden schon die weiteren Zutaten vorbereitet. Zucker und Milchpulver, auch verschiedene Gewürze. Je nachdem, welches Schoko es werden soll. Die Rezepte sind natürlich streng geheim. Das alles wird mit der Kakaorohmasse aus der Mühle vermischt. Und gewalzt und geknetet und wieder gewalzt. Bis das Ganze in die größte Maschine bei Zotter kommt. Die Gonche. Dort wird alles so lange umgerührt, bis die besten Aromen erblühen. Und fertig ist die flüssige Schokolade. Dann kommen die vielen fleißigen Hände ins Spiel. Schicht für Schicht machen sie aus dem Guten noch Besseres. Ganz gleich, ob handgeschöpfte Schokolade oder E de la Bocco, die coole mit Zee Blue, himmlische Trinkschokolade, knackige Baleros oder verführerisches Bio-Effekt. Von der Bohne bis zur fertigen Schokolade. Alles aus einer Hand. Im Bean-to-Bar.